Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Ich wünsche euch alle einen fröhlichen Nikolaustag. Meine Haare sind inzwischen geföhnt. Jetzt fehlt nur noch ein Licht. So, ich wünsche euch allen einen fröhlichen Nikolaustag. Ich muss das mal hier richtig einstellen. So, ich zeige euch mal, was ich mir so vorstelle unter einem Nikolaus-Make-up. Und zwar nehmen wir mir die geliebte Palette 9. Das ist so ein wie hier ein Rosé-Ton, ganz leicht. Wir nehmen diese Reihe. So. Ich hoffe, ihr habt es Wochenende gut überstanden. Ich bin das dritte Mal geimpft worden. Zum Glück keine Nebelwirkungen. Wir nehmen das neue Setting Prime und Setting Spray. Bundle 9 gibt es zwar nicht mehr, aber... Hallo! Ist das ein Mann da? Ich glaube, ich weiß nicht. Wir machen Auge zu. Ich bin mir sicher, dass das bestimmt, weil das so gut gelaufen ist, dass das bestimmt in die Serie kommt. Auge zu. Das lassen wir trocknen und wir nehmen heute das Sprüh-Make-up in Eilet. So, wir lassen das trocknen. Schütteln so lange das Sprüh-Make-up. Ihr hört es ja bestimmt. Also, das muss einziehen, nicht mehr nass sein. Wenn wir so lange die Wintern biegen, weil es ist noch nicht eingezogen. So. Machen wir so lange das. Sicher ist sicher, weil das Make-up verbindet sich nicht gut mit dem Primer, wenn der nicht eingezogen ist. Deswegen warten wir lieber noch ein bisschen. So. So. Habt ihr was in eurem Stiefel gehabt? Hoffentlich keine Rute. So. So, jetzt scheint es eingezogen zu sein. Muss man ziemlich schnell verblenden, weil es ein ganz professionelles, stark deckendes Airbrush-Finish hat. Jetzt lege ich es lieber etappeweise. Mit dem Kabuki-Pinsel. Ihr könnt euch das auch direkt ins Gesicht sprühen. Aber, ich weiß nicht, ob es dann zu dick ist. Und, ihr macht alles schmutzig. Deswegen, ich mache es lieber etappeweise. Also, den besten Erfolg habt ihr, wenn es in 30 Sekunden verblendet ist. So. Das ist echt sehr stark deckend. Fühlt sich aber an, auf der Haut, wie sehr leicht. Wie gar nichts. So. So. Ich mag das auch speziell im Sommer, weil da will man ja nicht so dicke Foundation. So, wenn wir machen. Rouge. Rouge, finde ich, zaubert immer frische ins Gesicht. So ein rosa Ton. Oder orange. Man sieht einfach frischer aus. So. 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 Und dann nehme ich es Sisterly. Das hat etwas in Schimmer. mag ich besonders. Und so ein runder Rouge-Pinsel. So. So. aus, weil man etwas Farbe im Gesicht hat, so. Augeprimer, bevor man Lidschatte auftragen, der Lidschatte hält länger, hallo, guten Morgen, der Lidschatte hält länger und die Farbe kommt besser raus. Das reicht für beide Auge. Ihr braucht wirklich wenig von den Produkten, weil die einfach stark pigmentiert sind. Ich finde jetzt total nett, ein Mann, der guten Morgen sagt und nett, was das soll, warum ich mich schminke und so Zeug. So, das brauchen wir nachher. Wir machen auch mit diesem matte Bronzer ein bisschen Konturierung mit dem neuen Pinsel. Man kann das auch einfach so machen, ich habe das gestern in meiner Story gezeigt. Einfach so einen Strich, wo man halt konturiert. Nase. Bisschen hier oben. Das habe ich gesehen bei einer Kollegin und habe gedacht, eigentlich eine sehr tolle Methode, weil Bronzer tut ja auch frisch ins Gesicht und ihr könnt, ne, ich habe gerade gedacht, oh Gott, ich habe wohl falsches Einstrich. So, und jetzt verblendet er das einfach. Mit diesem, hier heißt das Sculpting oder Sculpting oder Sculpting Brush. So, hier auch. Wird verblendet. Soll das nicht denke, ich habe immer gedacht, naja, das Konturing brauche ich ja nicht. Ich habe ein schmales Gesicht, hat mit dem gar nichts zu tun. Wenn man älter ist, nicht verschwimme die Konture. Klingt vielleicht etwas grässlich, aber man sieht die Konture einfach nicht mehr so. So. Seht ihr, sieht die Nase schon schmaler aus oder krumm? So. 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 Wir nehmen jetzt die Schatte und grundiere das bewegliche Lid mit diesem Appreciative. Ist sehr gut geeignet bei Schlupflider, wenn er mit der hellsten Farbe das bewegliche Lid. Braucht hier echt wenig. Ich tippe da immer nur so rein. Das mit dem Nikolaus-Make-up, das ist einfach oft, weil mir morgens nichts einfällt. Ich weiß zwar, wie mich schminkt, aber wie nennt man das jetzt? Iris Lieblings-Palette, oder? Und heute ist Nikolaus-Tag, also ist das Make-up, ja, für den Nikolaus-Tag. So. So. Jetzt haben wir so einen Rosé-Ton. Mit diesem, der ist matt, machen wir die Tiefe ins Auge. Also die Tiefe von der Schlupflider. Ihr seht ja, huch, man sieht gar nichts von meine bewegliche Lider. Nur wenn ich so mache, so kann die ja nicht immer rumlaufen. Also nehme ich jetzt einen dunkleren Ton, ein matter Ton. Lass mein Auge so. Markiere mir da die Stelle. Schreit einfach weiter, ey, wenn so. So. Mache dieses matt. So. So. Das verblenden wir. Mit dem Blending-Pinsel. So. Schon bekommt's Auge mehr Tiefe und es sieht mehr geöffnet aus. Gegen das andere jetzt zum Beispiel. Schaut mal. Ja. Das kann ich jetzt auch natürlich dunkler lassen. Ich hab's lieber verblendet. So. Machen wir jetzt am anderen Auge auch. So, ein ganz einfacher Pinsel. Braucht nicht viel. Guck ich wieder. So. Bis hier hoch geht meine sogenannte Banane, nennt man das so. So. Ich finde einfach die Palette 9. Erstens mal sind es fast die gleiche Farbe wie von den Bundles. Denne Mini-Palette. Und ist einfach richtig vielseitig. Also ich nehme die so gern, weil man eben viele Kombinationen hat. Egal was man anhat. Einfach praktisch. Jede Farbe. Wirp. Passt zueinander. Huhu. Hier bin ich wieder. So. Wir machen hier das Gleiche. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Könnt ihr euch ja denken. Ist schon bescheuert, wenn so Kommentare kommen, wenn man grad live ist, ja. So. Aber ungerührt schminkt sich Iris weiter. So. So. Wir haben ja jetzt in dieser Reihe noch eine dunkle Farbe. Und da setzen wir jetzt einen dunklen Akzent. Ich lese die Kommentare, glaube ich, nachher. So. Die hat auch ein bisschen Schimmer. So. Ich kriege aber bestimmt noch raus, wie man live Leute blockiert. So. Hier machen wir jetzt wie so ein V. Dunkel als dunkler Akzent. So. Nur hier an der Seite. Also an dem äußeren Auge winkt. So. Mein Gott. Ich bin froh, dass ich doch nicht personal coach geworden bin. So. Wenn man so Kranke, das heißt Kranke, aber so Leute im richtigen Leben umgehen muss, so. 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 Ist es gleich? Ja. So. Und ich erzähle immer von meinem Business. Diesmal auch. Wenn ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr euch vorstellen könnt. Geld nebenher zu verdienen. Ein zweites Standbein zu machen. Oder auch ein erstes. Je nachdem, was er gerade macht. Dann fragt mich passives Einkommen. Und so. Und du kannst ganz einfach mit wenig Geld einsteigen. So. Weißer Kajal. Wo ist der Braune. Wo ist der Braune. Kommt macht. Ich mach' noch nicht. Aber ich habe es gar nicht notwendig. So. die wasserlinie unter dem die leitung machen aber noch diese lacht heißt er So, dann verblenden wir jetzt einfach mit einem sauberen, Stichwort liegt auf sauberer Puderpinsel. So, mit dem Rouge, wie das verblendet. Lippenstift. So, haben noch gar keine Gedanken gemacht. So, was für ein Lippenstift oder Lipgloss. Ein kleiner Tipp, haltet die Augen offen, heute um 17 Uhr gibt es Bundle 9. Lippen, sage ich nur so. Augenbrauen, einfach verblendet. Kleine Striche, da habe ich den Nebel gemalt, aber das macht nichts. Machen wir einfach schnell wieder weg. So, wir nehmen die 4D-Mascara. So, wir machen hier, oder bei jeder Mascara ist gut, ihr macht dieses Zick-Zack, weil das die Wimpern trennt. Hochrollen. Damit sich die Fasern, das ist ja eine Fasermascara, mit den Wimpern schön verbinden. So, ihr könnt so viele Lage machen, wie ihr wollt. Ich mache immer so 3. Lass es aber zwischendrin trocknen. Und kämm es aus. Braucht ihr keine Angst haben, da gehen die Fasern nicht mit weg. So, während wir die erste Lage trocknen, machen wir den Highlighter. Ich muss da auch immer ein bisschen in den Spiegel gucken, sonst sehe ich nichts. So, das ist die erste Lage, und so lange machen wir jetzt Highlighter unter den Augenbrauen. So, und Pinsel, ich glaube das heißt Bleistiftpinsel, eignet sich sehr gut. So, bringt nochmal Tiefe und die Augenwirke nochmal größer. So, jetzt kämmern wir mal die erste Lage aus. Mascara. Entschuldigung. Das ist einfach mein Lieblings-Mascara, weil die am meisten Ergebnis bringt. So. Die dreht die zweite Lage. Nein, Iris, du bist nicht nervös und du lässt dich nicht aus dem Konzept bringen. So. Selber ganz entzückt. Huch. Die kleinen Katzen schreien. So, Liebestift, muss man noch überlegen, so, und zwar, glaube ich, jetzt kommen noch eine dritte Lage Mascara, jetzt gucken wir mal, ob der Easy Street nicht so hell ist. Das ist ein Splash-Flüssig-Lippenstift, so eine tolle Nude-Farbe, so, das wäre unser Look, wir machen noch einmal eine Lage 4D, nehmen wir mal die aus, so, zwar nur an der Spitze langsam öffnen, die Spitze hin und her und das Auge schließen während dem Dreh. So, ja auch, so. So. Und jetzt machen wir das Prime und Setting Spray als Setting Spray zu. So, meine Lieben, So, hier war wieder eure Iris Riedl von Unique by Iris. Meine Hör sind jetzt leicht verwirrt, egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Nikolaustag, einen wunderschönen Montag und wir sehen uns am Mittwoch. Bis dahin, Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü